und tali hallo und herzlich willkommen zurück zu wieso und jeter in der höhle ja wundervoll ja dann mal los und dann müssen wir alle geht umbringen oder wo es amok Ich bin weg. Besondheit plus Sumpf? Oh, oh. Die wird mich gleich killen. Ja. Hilfe! Ich bin gleich tot. Ja, dann ess was. Ich hab nix. Mist. Ja, verdammt. Ich kann grad nichts wegschmeißen. Ein von denen, alter. So. Hier doch ein Lied mal rein. Ja. 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 Komm her. Nein, nicht essen. Hallo? Okay. 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 Wirklich viel habe ich jetzt. Oh, nicht mehr. Ich hab gar nichts mehr. Okay. Irgendwas müssen wir noch umbringen. Irgendwas nimmt genug. Da. Hier unten. Auch ein schleimig. Das ist mein Bänchen. Boah. Yeahy. Nächster Spaltung geschafft. Ich glaube, wir müssen auch langsam sehr hoch, oder das ist für mich schon 22 Uhr 20. Ja. Ich habe sieben Kupfer gefunden, ich weiß auch nicht so viel. Wir rennen. Ach ja. Ich bin safe. Ist ok, jetzt lasse ich mich immer da aus. Dann höre ich mir nochmal kurz schnell meine Rezepte an. Ach, wollte ich doch meine Rezepte Emoji. Jo, es beginnt. Ja. Das ist auch so eine Wiederholung. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen hast und Herze gefunden hast. Ja, das ist doch schön. Lass mich doch einfach... Ja, da ist der Schmelzofen. Ja, super. Ich gehe nochmal in den Mino. Mach das. Oh, jetzt lass mich doch in Ruhe, du alter. Da kann man noch nicht mal... Küchen. Ja, Küchen. Da ist ja noch nicht Ernte bereit. Ok. Es ist ja noch nicht Ernte bereit. Was soll ich hier zu gießen? Unruhen zu 10. Ich habe nichts zu essen mit. Was war nicht so schlau? Oh, ne Zweckenschriftrolle. Ey. Stimmt davon gibt's irgendwie drei oder vier Stück noch. Ich hab keine Ahnung. Boah. So. Weißt du, was ich gewohnt hab? Oh nein. Gebiet ist versorgt. Okay. Na. Guck mal, ob ich das schaff. Mini stand raus. Blumentanz hat begonnen. Ja. Stimmt ja, da war ja was. Oh nein. Willst du hin? Nö. Nö. So gerade unten im Medium. Okay. Ich bin noch am fleißigen Umgießen. Mann, das dauert zu lange mit dem Ohlenscheisschwert hier. Ja. Kein Unkraut in meinem Wein, das gemüt ist. Oh. Und wenn das hier mal gut ausgeht. Das geht, denke ich, nicht gut aus für mich. Schick. Geh weg. Hehehe. Geh weg. Tschö. Tschö. Miene verlassen. Was? Da. Okay. Was hab ich woran gewackt? Wovon sprichst du? Doch egal. Sag es mir. Hm, warte, dann geh ich mal große Runde runter. Was sagen. Aber warum denn nicht? Das wird doch nicht neugierig sterben. Warum sollte ich das nicht tun? Ich hab da nicht mit dir. Ich hab doch nur mein Inventar ausgeleert, Mann. Okay. So, hab ich? Ich hab. Was? Stell deine Schmerz auf den Bauch. Das ist doch so weh. Ja, Kupfer, Erz und Stein. 20 und 25. Das ist verschlossen? Warum? Komm, Frau Erz. Komm, Frau Erz. Und die Nürnberg war generell geschlossen oder was? Wer? Von 8 bis 18. Der hat generell 8 bis 18 auch. Ach, weil der so alle fest ist. Ja, es hat nix auf. Deswegen. Die sind alle da unten. Der ist auf der Schatzkiste. Hä? Der ist auf der Schatzkiste. Ja. Alles gut. Ich bin was Süßes. Oh. 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 Oh, oh. Die laufen ja auch trotzdem mal rum. Oh, okay. ich kann nur da jemanden kann es war auch ein bisschen schräg sind alles loser dann haben wir noch einmal was für genau hier wird das jetzt sofort weiter leute es geht so vor dem herr das müssen wir wollen dass wir schon ich habe mir sie noch mal ja ja und das sind wir sehen ich habe keine ahnung ich kenne mich schon ins film suchen Das sind doch wütige Wäsche da. Was für ein hübsches Farbenleben ist das denn hier wohl? Ein bisschen nü. Kann ich dir nicht sagen? Ein Eichwäckchen. Haben wir hier sonst noch irgendein Freundchen? Was falsch ist, was hier nicht sein sollte. Die Hausbesitzerin ist da. Ein Strohgut wie tausend und gute alte Kappe. Ich bin der Tugel zerstört. Die Greenpeace. Ich bin der Tugel. Ich bin der Tugel. Wo irgendwann die Pilze wachsen. Und den Eingang nach oben habe ich drei Bäumchen gepflanzt, die diese Spender wieder rankriegen. Achso. Drei verschiedene Bäumchen nehme ich mal an. Ja. Okay. Korrekt. Das einzige was ich jetzt noch brauche sind 120 Holz und 6 Kupferbahnen. 6 Kupferbahnen. Ja. Die kannst du dir auch selber besorgen. So. Das war im Moment echt schwer. Zumindest in Anfangs-Level. Nachher hast du... Ja. Das Video nachher wird es dann weniger, dass du dann nochmal hinreißen musst. Okay. Müssen die in die Objekt fertig sein? Dennoch sind die Häuser ja nicht... Ja, die müssten jetzt so entweder am nächsten Tag oder jetzt am 26. Müssen die sein. Dann ist wieder große Ernte. Boah. Ich bin gespannt. Können wir eigentlich gar nichts mehr machen, ne? Hallo. Hallo. Ja, was ziehe denn denn aus alles? Das pure Leben. Hm. Ich glaub's auch. Ach, denn gehen wir uns hin. Wollen wir nochmal kurz was der Wasserpitz gesagt hat. Wollen wir wiederholen. Ja. Wie alt sind du da? Alte Knacker. Sie sind ja auch schwer im Schluss, ne? Wir nehmen die Sensor. Oui. Ihr könnt nun kein dirlend. Sie verlieben diese Sensor. Wir nehmen sich dazu die Sensor. Herr Kristoff, talte will sich darauf, jeder unter ein dumbesppen airm etwas eben. In den daín Best aus試 montamer Örno, in der Zeit wird doppelt. Selten die Sensor und Fournabendel injury Vielen Dank. Wir warten aber, bis alles geerntet ist, ne? Ja. Außer die Bohnen. Nein, wir können das immer machen. Juhu! Ich liebe es. Außer ein Bohnen. Ein Bohnen. Eine Bohne. Eine Bohne. Okay, haben wir es jetzt? Eine Bohne muss zurückhalten für das Duftzentrum. Einen Bohnen. Ich bin damit durch heute, glaube ich. Ich mag die Musik so gerne, ne? Es ist so entspannend einfach. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Heute macht es gar nichts. Doch, ich habe das ganze Tischen 3-4 Mal erwähnt. Also nicht immer nach Gegenwart. Du wirst wohl schon gerade pinkeln oder sowas. Keine Ahnung. Kann natürlich sein, ne? Pinkeln. Nein, ich will die nicht essen. Ich möchte die Verkaufsende mit dem Mac-Eck-Krieg und für einen Hühnerstall. Weil ich kann auch in den Schrank gucken, Süße. Ich möchte die Verkaufsende mit dem Mac-Eck-Krieg und für den Mac-Eck-Krieg und für den Mac-Eck-Krieg und für den Mac-Eck-Krieg. Oh, was habe ich jetzt gefunden? Ein Glasscherben. Okay, Leute. Das war es dann für das erste Mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.